Hallo zur heutigen Outfit-Inspiration, in der wir es geschafft haben, Farbe mit Sportlichkeit zu kombinieren. Ich meine, das schaffen wir vielleicht öfter, aber heute ist es uns das wieder mal gelungen. Denn wir haben hier einmal einen wunderschönen Romani-Jersey in diesen tollen Jeansblau. Daraus könntest du dir beispielsweise sehr gut die Hose Teresa von Schnittgeflüster nähen. Die ist nämlich wirklich für Romani-Jersey empfohlen. Die ist für Romani-Jersey... Ich habe schon wieder eine komische Satzbaustellung. Ich wollte eigentlich damit sagen, dass bei diesem Hosenschnitt als Stoffempfehlung Romani-Jersey steht. Aber vielleicht hast du mich ja auch so verstanden. Ich erlebe immer wieder, dass Frauen untereinander ja diese komische Art der Kommunikation durchaus verstehen. Wenn du das Ganze sportlich gestalten möchtest, kannst du da diesen schönen Seitenstreifen, diesen Stripe mit aufnähen an der Seite. Dann finde ich immer, dann hat das einen ganz, ganz tollen sportlichen Look. Was du dazu kombinieren könntest, wäre zum Beispiel diese Bluse hier aus einem Viskose-Stoff. Und zwar haben wir als Vorschlag für dich einfach mitgebracht die Bluse Evita von Lille Sol & Pelle. Eine schöne luftige Bluse mit einem leichten Einsatz hier vorne. Die könntest du beispielsweise gut aus diesem tollen Viskose-Stoff nähen, der natürlich wirklich so die Farbwelten miteinander kombiniert. Wir haben ein bisschen warmes Korall auf Jeansblau. Also ein richtig tolles, auffallendes Teil, mit dem du dich auf jeden Fall nicht verstecken kannst. Also man wird damit auf jeden Fall gesehen. Und ich glaube, das wollen wir ja auch immer erreichen, wenn wir über farbenfrohe Kleidung sprechen, dass wir einfach damit auch gesehen werden, ein wichtiger Aspekt. Ich glaube, ich konnte diese Woche auch nicht übersehen werden. Immerhin passend orange zum Oberteil. Und damit schließen wir auch unsere farbenfrohe Woche. Und ich wünsche dir einfach, dass es farbenfroh weitergehen mag in deinem Leben. Mach's gut und bis bald!